Ja, Hallihallo, Hallöchen, ich habe mich nochmal entschieden, noch ein bisschen Dota weiterzuspielen und gucken, welche Offline ich bin. Ich nehme nachdem es... Zeus, Magic Damage Tower? Scheiße gegen Zeus, war es noch bescheueter gegen Zeus. Underlord! Natural Tank, hm? Ich würde behaupten, Underlord ist immer eine gute Variante. Die wären ganz anders dreckig als die, die ich... Hm... Interessant. Das ist wirklich... sehr interessant. Vor allem, die sitzen so geil. Du musst die nicht reinzwingen, gar nichts. Achso, die wollte ich ja gar nicht... Ich wollte ja... So, hm... Obwohl, ich benutze die... Okay, ich versuch's mal ohne. Ich versuch's mal. Ich mein, die geben mir eine Menge Leben, das ist die andere Sache. Your turn to pick. Okay, wir werden... Wieder ein Dazzle. Ich hasse Dazzle. Okay. Dazzle und... Bin mir nicht sicher. Ja... Vielleicht doch besser so... Ah... Noch ein Branch... Spare ich's mir einfach. Ich mein, es sind auch 1,6 mehr Regen, die ich hab durch die Mangos. Ja... Ja... Dazzle ist halt für mich... Ein Ärgernis. Die haben 4 Range Heroes mit Draw. Also... Da müssen wir da aufpassen. Es ist halt alles so ein bisschen... Winseries mit Underlord. Bin ich auch grad dran. Winseries mit Underlord. Bin ich auch grad dran. Danke. Ich versuch mal so schnell wie möglich dahin... So schnell wie möglich zum... Zu den Boots zu kommen. Ich geh mal davon aus, dass ich im Laufe der Zeit dann meine Mangos wegfresse. Und du hältst die Schnauze, du kleines Arschloch. Das ist ganz schnell erledigt. Ganz schnell. Ich glaub, wir haben die Waffe nochmal überarbeitet. 30 Sekunden zum Kampf. Der hat einen Sticker... Kein Dazzle... Ich weiß nicht... Wird sich ja helfen, aber... Ich hätte ihn noch anders setzen sollen, aber... Draw haben wir auf der Safe Lane. Zeus ist natürlich Mitte. Also haben wir Draw und Dazzle... Was ziemlich... Hm... Ist... Verkackt. Naja, jetzt blockt noch mich. Draw und Dazzle. Okay, er ist kein Aggressiver. Er ist ein... Also... Nicht mit aggressivem Item. Fuck. ob da noch ein Mal geht... Ich weiß nicht... Nein... Den away! Wichtigen Creep habe... Ich durfte den... Nein... Nein... muss, dass ich da richtig was zu bekomme HA! Bitch! Got you! Wie schnell kriege ich meine Boots? Ha! 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 Rubik ist gut, ja, können wir machen Okay, ich glaube ich hätte jetzt normalerweise schon den Ring Aber Daaaang Wenn ihr mir zweimal Mühe gibt es zu denien Daaaang, da ist sie schneller Ja, da kann man nichts machen Duzzle müsste zurück sein Duzzle ist zurück, okay Müsst ihr vorsichtiger sein Ja, da hat er tatsächlich den Pool rausgekriegt Nicht schlecht Puh Ah, jetzt hat er doch ein Orb of Venom Oh, Mist Ding Schade Schade, schade, schade Schon wieder? Okay Rubik kommt Und Oh, der Support, der hat wahrscheinlich ne Clarity für mich Ah, ne Er ist schlau Und mir nur die Tango Halbmango So rum Ah, schade Ah, schade Ah, schade Dammit So blöd Dass ich das Gold verloren habe Oh ja Der sollte noch durchkommen Hoffe ich zumindest Ja, sieht gut aus Jakiro stirbt Jakiro stirbt So Oh Da sind wir auf dem Wege Gut, das kann ich nicht öfter hinten Was? Wo kommt der Truck her? Das sah gerade echt Da sah einen ziemlich heftigen Hit aus Hoppla Wenn ich save die Lange skippen könnte Aber gegen Dazzle Oh, ich muss zurück Das tut weh Das tut weh Das tut weh Das tut schon weh Das tut schon richtig weh Das tut weh Shadows Take us Das ist aber Beschleunigt das auch? Oh, er hat auch Ja, gut Sehr schön Na gut, ich bräuchte meinen Lockdown Dann könnten wir die in Chainstunnen Guck mal, hier können wir mal einen bekommen Den stelle ich dann nach hinten auf Auf . Okay . . . . . . . Oh die am Fuck me. They will burn their plans to Cinder. Shadows. I'm working. Your top tower is defending itself bravely. I'm working. 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 Willst du mich verarschen? I'm working. 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 Your middle tower is under attack. I'm working. Okay. wenn ich reinbekommen das ist doch besser so jetzt ist der da unsere mittel ist auch am junglen oder so weiß auch nicht was das soll hier ist noch in der mitte problem ist das einzige was ich machen kann ist ich kann mein mit setzen hoffen dass er nicht da ist ja 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 Niemand auf Bord, hm? Nicht gut. Your top tower is under attack. Just draw here. Your top tower is under attack, best step to it. Das kann ich halt nicht machen. Was die da machen, weiß ich auch nicht. Your top tower is under attack, best step to it. Your top tower is defending itself bravely. Your top tower is under attack. Your top tower is under attack. Jakiro. Your top tower is under attack, best step to it. Your top tower is defending itself bravely. Your top tower is defending itself bravely. Oh ja, unglaublich. Ich hab... Problem ist mit den Boots hast du keine physische und keine magische Resistance. Also gar nicht. Du hast mal die Boots, ne? Weißt du was? Ich fang jetzt erst damit an, dass ich meine Regen hab. Ja, missing watch. Ja, missing watch. R. Rubik... Das war ne scheiße Idee. Ich weiß nicht warum du da warst. Was ist das? Die Strukturen sind fortverteilt. Das ist das das Wispy Glow in der Tauern ist. Das war heftig. Hey team, they are still four on bot and you not farming mid and not helping, so what are you doing? Okay. Okay. So viel Eck, wo du ihn checken sollst. Zum Helfen und sonst wie. Okay. Oh man. 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 What the hell? Oh man. 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 Wenn ich die Todesendung bin, werde ich die Todesendung abgeben. Schöne Oh Sie sind immer noch mit dem Schritt Aber Oh Der geht's für das! Firestar! Der Torre ist untertitel! Hm. Holy f***ing shit The enemy's middle tower has fallen Irgendwer sollte ich sie nehmen, weil er sie nutzen kann Smog der für wen? Das ist ein sehr guter Arrow Wir gehen rein Oh Also, da haben sie Vision Invis-Vision Gut, ich habe jetzt meine Pipe Wobei ich fast denken würde Nochmal 8 HP 5 HP 25 Magic Vielleicht nachher Na Richtig piet Ihr Top Tower ist unter attack Alles gefahrt Ärgerisch Das Problem ist, wir wurden einfach zu offensichtlich Oh Oh Ah Eh What the heck Oh 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 Shit man, wieso hab ich die Kipe nicht hochbekommen? Fuck me Get fucked ass home Die Preise ist mein Oh Oh Your top tower is under attack Best step to it Your top tower has fallen And it can't get up Your top tower is under attack Holy shit Burn Your top tower is under attack Are you afraid? Your middle tower is under attack How could you let that happen? The darkness spreads Ach Gott Ah, ich bin okay Hat der gedacht, der kriegt einen Bash Oder so Oh, es hilft Schande, das zu verschwenden So So, es war in der Mitte Hab ich mir eigentlich schon gedacht Oh, es ist etwas To coe 've Weapon And , und Weapon Das war's für heute. Heilige Scheiße! Das ist eine doofe Idee. Eine doofe Idee. Okay. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. The End. Rest in peace, Top Berks. You will be remembered. Das war's. ich kann ja pushen fortification in place something the enemy's middle tower has fallen death by a thousand cups clean escape und nicht dafür für sonst oh wir haben eine ganze wave hierher gepostet die 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 die